Ein Rasthof in Mittelhessen. Treffen mit einem Pharmavertreter. Seit knapp 20 Jahren arbeitet er für unterschiedliche Unternehmen, kennt die korrupten Machenschaften seiner Branche. Jetzt will er auspacken. Es ist keine Beratung, es ist ein Verkauf. Die Praxis sind die Umsatzzahlen. Und da geht es nicht darum, das Beste für den Patienten zu finden, das muss man ganz klar sagen. Der Informant möchte aus Angst vor Nachstellungen unerkannt bleiben. Polizeiermittler bestätigen, dass seine Sorgen nicht unbegründet sind. Die Sorge ist berechtigt, weil die Pharmaindustrie eigentlich vor keinen und vor allen Dingen vor unleaderen Mitteln nicht zurückschreckt. Also wir haben Bedrohungen massiver Art schon erlebt, bis hin zur Zerstörung des Autos, Drohanrufe, bis zu direkter Nachstellung. Was der Pharma-Referent zu berichten hat, ist hochbrisant. Überall in Deutschland würden üppige Bestechungsgelder an Arztpraxen bezahlt, damit diese wunschgemäß die Medikamente der Unternehmen verschreiben. Unser Informant kennt die Bestechungstricks. Beraterverträge sind das einfachste Mittel, denn da geht es nur ums Geld. Der Arzt muss keine direkte Gegenleistung bringen. Er bekommt einen Vertrag, wo er sich verpflichtet, der Firma im Falle eines Falles, beziehungsweise bei Auftritt von Nebenwirkungen zur Verfügung zu stehen, als Ansprechpartner. Das heißt, der Arzt bekommt Geld und muss keine Gegenleistung bringen. Eine zweite Form fragwürdiger Zahlungen seien oft völlig nutzlose Anwendungsbeobachtungen. Alleine in Hessen lassen sich so rund 5000 Ärzte von der Industrie bezahlen, wie diese interne Liste bestätigt. Die Ermittler der Krankenkasse KKH Allianz beobachten seit Jahren die Bestechung im Gesundheitssystem. Der Schaden für die Gemeinschaft sei immens. Wir schätzen, dass heute bis ca. 15.000 Pharma-Referenten im Einsatz sind. Wenn jeder davon 200.000 Euro Budget hatte, verfügen die Pharma-Referenten schon über ein Budget von drei Milliarden. Daran kann man sehen, wie viel Geld tatsächlich investiert wird, nur um auf die Ärzte zuzugehen und ihre Medikamente verordnen zu lassen. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt. Hier ist die Zentralstelle zur Bekämpfung von Korruption im Gesundheitswesen. Staatsanwalt Alexander Badle kennt die Tricks der Konzerne, mit denen Ärzte gekauft werden. Das Portfolio der Incentives, die von den Pharmaunternehmen angeboten werden, ist eine sehr breite Palette. Da geht es von Einladungen zu Kartrennen bis hin zu Kochkursen mit einem Sternekoch, bis hin zu den klassischen Karten für das Fußball-Bundesligaspiel. Also es ist eine ganz breite Palette. Da existieren also richtige Listen, wo dann jeder im Grunde genommen sich ankreuzen kann, welche Zuwendung ihm genehm ist. Doch die Aussagen des Pharma-Referenten gehen weiter. In Einzelfällen gehöre es zum Auftrag, selbst gefährliche Nebenwirkungen zu verschleiern, wenn Medikamente angeboten würden. Wenn der Arzt uns entgegnet, wir haben diese Nebenwirkungen, diese Nebenwirkungen gibt es doch jetzt. Wir sind darüber informiert, dann werden wir darauf trainiert, diese Nebenwirkungen abzuschwächen. Ganz klar. Also wir haben es hier sogar mit Strukturen zu tun, von denen die Mafia noch was lernen könnte. Völlig ungeniert bedienen sich skrupellose Ärzte und geldgierige Konzerne am Gesundheitssystem. Und die Tricks werden immer raffinierter. Neu ist, dass Pharmavertreter den Mut haben, die Machenschaften offen zu legen.